Die Botschaft von Wirtschaftsminister Robert Kabeck, die Partei Bündnis 90 Die Grünen, wurde in den öffentlichen Medien mitgeteilt, Deutschland ist beim Klimaziel auf Kurs. Wurde die deutsche Wirtschaft durch die grüne Transformation ihr Reparabel beschädigt? Stagniert zu den CO2-Emissionen die deutsche Wirtschaft ebenfalls im gleichen Maße? Hat die Partei Bündnis 90 Die Grünen nicht berücksichtigt? Dass wir einen deutschen, verzahnten Wirtschaftskreislauf haben? Der Wirtschaftsminister präsentierte die Verringerung der CO2-Emissionen als einen großen Erfolg. Erfolgte die CO2-Einsparung durch die grüne Transformation der Wirtschaft? Oder haben andere Gründe dazugeführt? Durch die unten aufgeführten Zwangsmaßnahmen wurden in der Corona-Pandemie die CO2-Emissionen verringert. Lockdowns von mittelständischen und Kleinunternehmen, umfangreiche Kurzarbeit, deutlicher Rückgang der Mobilität, keine Fahrten zu den Arbeitsstellen, Schrumpfung der deutschen Wirtschaft, ein erhöhter Anteil an Unternehmensinsolvenzen. Beeinflusst wurde die Verringerung der CO2-Emissionen ebenfalls durch steigende Energiekosten, hohe Zinsbelastungen, Erhöhung der CO2-Bepreisung und der überbordenden Bürokratie. Die Unternehmen haben ihre Produktion heruntergefahren. Unternehmen sowie Teile der Unternehmen werden ins preiswertere Ausland verlagert. Stark rückläufige Unternehmensinvestitionen in Deutschland. Die Bau- und Immobilienbranche steckt in einer tiefen Krise. Starke Wettbewerbsverzerrung innerhalb Europas. Schwächelnde Konjunktur in Deutschland. Führte dies zu weniger Kohlenstoffdioxid, CO2, in der Erdatmosphäre? Nein. Aktuell beträgt der CO2-Anteil in der Erdatmosphäre 423,6 ± 0,5 ppm. Der CO2-Ausstoß kann nur reduziert werden, wenn alle mitmachen. Denn was wir nicht verbrauchen, verbrauchen sonst andere. Wenn Deutschland kein Öl mehr kauft, fällt der Weltmarktpreis und andere kaufen es. Daher ist in der Erdatmosphäre der CO2-Gehalt angestiegen. Seht euch dazu die beiden aktuellen Grafiken an. Zur Grafik 1 Vom jährlichen CO2-Ausstoß produziert die Natur selbst 96% und lediglich 4% sind menschengemacht. 4% von 0,04 ergeben 0,0016% menschengemachtes CO2 in der Erdatmosphäre. Der Anteil Deutschland daran ist 1,76%. Deutschland beeinflusst vom weltweiten CO2-Anteil in der Luft 0,000028%. Zur zweiten Grafik. Im Jahr 2024 hat ein Observatorium einen bemerkenswerten Anstieg der CO2-Konzentration gemeldet. Der prognostizierte Jahresdurchschnitt liegt bei etwa 432,6 plus minus 0,5 Teilen pro Millionen gleich ppm, was einem Anstieg von etwa 2,84 ppm gegenüber dem Vorjahr 2023 entspricht. Nationaler deutscher Alleingang im Kampf gegen die CO2-Emissionen, getrieben durch Lobbyistenorganisationen, rücksichtslose Umsetzung der eigenen grünen Ideologie, Gehören Unternehmen, Bürger und die Umwelt, Flora und Fauna zu einem hinnehmbaren Kollateralschaden? Die untere Grafik zeigt dir nochmals den CO2-Anstieg der verschiedenen Länder an. Die deutsche Wirtschaft schwächelt und erholt sich nicht. Die Analyse zeigt folgende Probleme auf. Energieintensive Branchen wie Chemie, Metall, Papierindustrie sind geschrumpft oder verlagern die Produktion für ihre Wettbewerbsfähigkeit ins preiswertere Ausland. Besonders die hohen Energiepreise, Inflation und hohe Zinsen im Kampf gegen die Teuerung sorgen für eine schwache Konjunktur und eine schrumpfende Wirtschaft. Ein weiteres Hemmnis für Investitionen ist die überbordende Bürokratie in Deutschland. Diese verhindert geplante Investitionen und die Gründung neuer Unternehmen. Fehlende Prioritätensetzung bezüglich unzureichender Investitionen in die Infrastruktur Die noch vorhandene deutsche Infrastruktur wird weiter aufgezehrt. Die Investitionsflucht bei deutschen Industriefirmen droht sich fortzusetzen. Deutsche Industriefirmen fürchten um ihre Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den ausländischen Industriefirmen. Das hochgepriesene Wirtschaftswunder der grünen Transformation bleibt seit zwei Jahren für die ansässigen deutschen Unternehmen aus. Politisch fühlen sich die Unternehmen in Deutschland im Regen stehen gelassen, da es keine klare und eindeutige Regelungen der Bundesregierung gibt. Allem voran der grüne Wirtschaftsminister, der dazu nicht willens oder fähig ist, die richtigen Weichen für eine freie, liberale Marktwirtschaft zu stellen. Eine weitere Herausforderung für alle Unternehmen ist das 2024 eingeführte GEG-Gesetz Regelung für Nichtwohngebäude Deutschland liegt am Schluss der fortgeschrittenen Volkswirtschaften. Wie geht es in Deutschland weiter? Welche negativen Auswirkungen zieht das nach sich? Wenn ein Großteil der Industrieunternehmen, mittelständische Unternehmen und Kleinunternehmen sukzessiv Deutschland verlassen. Das Bruttoinlandsprodukt BIP nimmt sukzessiv über die Jahre immer mehr ab. Deutschland kommt in eine Rezessionsphase. Verringerungen der Subventionen an Unternehmen Verminderung der Steuereinnahmen durch Unternehmen und Arbeitnehmer Verminderung der Gewerbesteuereinnahmen Konjunkturflaute lässt Zahl der Arbeitslosen steigen. Dem Staat fehlt Geld für eine gute Sozialpolitik. Die wichtige digitale Transformation für Unternehmen wird nicht umgesetzt. Ein Wohlstandsverlust über diese Zeit von 326 Milliarden Euro droht. Welche negativen Auswirkungen hat das auf die Bürger? Sinkende Reallöhne, stagnierende Reallöhne bei gleichzeitiger Inflation Steigerung der Teuerungsrate durch begrenzte Angebote Einkommensverlust durch kurze oder langfristige Arbeitslosigkeit Gewaltiger Wohlstandsverlust der Bürger in Deutschland Es wird eine Erhöhung des Renteneintrittsalters erforderlich Die soziale Spaltung eskaliert durch den Anstieg der Armutsgefährdung Mein Fazit zum deutschen Alleingang der CO2-Verringerung Waren und Güter werden überwiegend aus dem Ausland nach Deutschland importiert Deutsche Unternehmen haben kaum eine Chance diesem Preisdruck entgegenzuwirken Dies führt tatsächlich zur sukzessiven Verlagerung weiterer Produktionsstätten der deutschen Unternehmen ins Ausland Es gehen Arbeitsplätze, Wertschöpfungsketten und Geschäftsbeziehungen in Deutschland verloren Über Jahre gesehen entsteht eine umfangreiche Minderung der Steuereinnahme Wenn diese Steuereinnahmen fehlen, kommt es in Deutschland zu noch weitergehenden Reformstaus Abbau der Infrastruktur und Abbau des Sozialstaates Eine Deindustrialisierung und die Verarmung breiter Bevölkerungsgruppen sind die Folgen Bezüglich der Armutsgefährdung werden in Deutschland vermutlich soziale Verwerfungen entstehen Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse